weiter geht es hier bei tower of fantasy in der letzten folge haben wir gesehen wie zack seine schwester shirley seltsamen leuten übergeben hat cyborg menschen und wir fürchten wissen durch ladebildschirm spoiler dass sie aus ihr einen cyborg machen möchten wir können da gerade nichts tun aber wir gehen erstmal hinweisen die nach die wir finden vielleicht bringt es irgendwas ja bist du gele ist auf jeden fall kein wichtiger charakter müssen erst mal ein bisschen das story vorankommen bis hier alles ist alles freigeschaltet wird so lernen wir wieder was neues okay hier flammelkugel da in dieses kleine flänzchen schmeißt tun dieses herr flänzchen da kommen sache raus wir wüten eine kleine flammkugel aber auch schwarz kerne apropos schwarz kerne da hinten sind schwarz kerne upsida sie flieg und sieg so jetzt machen wir den link hier und krabbeln dann mal auf da möchte diesen schwarz kerne bitte haben war ich muss erst öffnen richtig jetzt habe ich ihn und bin sammeln nebenbei auch alles andere ein was wir finden können das ist nicht super wichtig bin ich jetzt tot das da geht öffnet sich nein mega zapp der mega zapp erschießt aufs den tower der fantasy das braucht ganz schön kasöppel schaffst du hast machen wir gleich noch zu verhauen wir die für jeden schlaps nasen kaputt so mit feuer können wir das ding hier öffnen das verrankte rankending habt ihr übrigens gesehen da war so ein kleines auge in der sequenz drinnen was am bedeuten ist dass das ein aussichtspunkt ist man kann fünf aussichtspunkte auf diesem kleinen gebiet hier finden habe ich auch noch nicht überhaupt gemacht hier ich habe mich hauptsächlich bereits nur bisher nur auf dieser insel aufgehalten und da gibt es einiges zu tun also wie gesagt nur ich war 25 durch auch wir werden viel erliegen noch können wir bis keine anderen spieler sehen wir müssen noch ein bisschen storyartige dinge machen ok der wird zwingen wir das öffnen halt weil kein schipper selbstzerstörung aktiviert macht mir nix bist angeschmiert ok hoch hallo ihr drei das ist Nein, 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 das ist nur mein Geist. Ich werde die alten Geriatristen fragen, was eigentlich passiert ist, natürlich. Hm, also es ist Hykros wieder. Ich habe noch nie in den ganzen Saving-the-World-Spiel. Hm, und das ist warum es so schwer für dich zu machen, Paul. Hey, Newbie, wie geht's mit Franz? Me? Oh, ich werde das nie an, Mann. Genau, und du vertraust den Neuling mehr als, äh... Ich werde keine Hilfe in der Schlüssel, also wir werden warten, um zu hören, von dir zu hören. Relax, Paul. Ich werde hier unsere neuen Freunde beschäftigen. Ich aktiviere einen Spaceriff direkt nach Hykros. Aber es lässt sich nur eine Person durchführen. Du gehst, ich werde gleich hinter dir sein. Keine Worte, ich habe die Regierungen an Hykros gesagt. Sie wissen, dass du kommst. Materialtransfer zur Übertragung nach Hykros aktivieren. Bam! Hier gehe ich nach Hykros. Boop. Boop, 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 boop. Okay. Hykros. Quasi fast die Spitze des Towers. Der Fantasie. Denke ich zumindest. Hykros Terminator. Halt. Oder du wirst durch die Kraft verhindert. Ich komme aus Astra. Und ich bin hier mit Franz. Astra-Shelter. Area Code HT501? Gute Frage. Franz hat uns über deinen Versuch informiert. Fölge mir. Wir haben den Soundtempels vergessen. So. Hier ist Hyros. Das Hyros. Da oben ist bestimmt das Böse. Was sich zugehören würde. Aber du wirst schon. Anime. Hose Lampen. Böse. Na? Ja. Mia läuft weg. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ja. Hier laufen wir mal da lang. Na? Na Mia läuft sie weg. Nur Klima. Willkommen Junggwan. Ich bin Klima. Kommander der District 9 Executoren. Hi. Die Trons haben uns informiert, warum du hierher kamst. Leider haben wir nicht viel Informationen über die Abnormale Energienflüsse der Astra-Omnien-Power. Alle, die auf dem Schlag ist, haben sich Angst. Könnte es eine mechanische Malfunktion sein? Die Ehren von Ida haben mit dem Energie-Transmission-Programm. Es hat die 5 Omnium-Towern zu senden, ihre steckende Energie zurück zur Zentraltower. Die Zentraltower hat eine feinste Steckapazität. Überraschend könnte es gefährlich überladen. Als Sicherheitsprüfung. Wir mussten die Exzesse Energie auf die Übersicht, um einen bestimmten Grad von Radiation-Damage zu verhindern. Das ist nicht eine permanente Lösung. Kron hat ein Rekord, um zu sagen, dass du momentanische Zeit-Distortionen während des Kampfes verhindertest. Ist das wahr? Ja. Zeit würde manchmal sehr langsam über mich fliegen. Wir sagen das Phänomenon, Phantasia. Es ist eine stöte Entspurale-Distortion-Distortion-Distortion-Distortion-Distortion-Distortionale. Es ist oft eine Anzahl, die nur durch die Exekutoren bezeichnet. Das Exekutoren ist eine Elite-Unitte, die sich um alle Formen von Omnium-Distorten zu behandeln. Die Mitglieder sind genetisch erhöht und haben eine gewisse Kontrolle über die Zeit-Distortion-Distortion-Distortion-Distung. Ich habe eine Anzahl von Ihnen, und die Exekutoren-Distortion-Daten, hat eine halbe Jahre später gemacht. Du und dein Team, waren wir M.I.A. während einer Operation. Ich.. Ich war ein Exekutoren? Doch. Aber wir wissen noch nicht, was dir passiert während der letzten sechs Monate. Aber wie du sehen kannst, wir haben viele Gefühle. Die Ehre von Ida planen etwas. Und die Probleme mit den Omnium-Towern müssen ursprünglich geschlossen werden. Hykros hat in der Distrikt 9 limitiert. Wir brauchen deine Hilfe mit den Ehre von Ida. Ich habe deine Situation an Archon Elric in der Distrikt 9 gepostet. Du solltest ihn sehen. Ja, klar, Turm-Imitator. Aber ich war... Ich bin erst seit, gefühlt, zwei, drei Tagen in der Zuflucht und aber seit sechs Minuten verschwunden. Mysteriös, nicht wahr? Ähm, ja. Moment. Untersuche das Gebiet. Okay, suchen. Hallo, Elric. Hi. Ich bin Elric, Archon von Distrikt 9. Hallo, Archon Elric. Kaptain Klima hat mich informiert. Ich bin froh, dass wir einen von unseren Exekutanten gesehen haben. Ich bin froh, dass wir alle Erinnerungen verloren haben. Wir haben das Gefühl, dass du alle Erinnerungen verloren hast. Ist das so? Ja. Ich bin froh, dass ich vorher noch nicht erinnern kann. Die Reportage auch sagt, dass du auch sehr gute Erinnerungen hast. Du hast die Erinnerungen und die Erinnerungen gesehen. Du hast die Erinnerungen und die Erinnerungen gesehen. Das bedeutet, du kannst du immer noch als Erinnerungen ausführen. Ich habe keine Angst. Aber es ist eine ganze Inspektion, die Erinnerungen sind noch nicht notwendig. Wir werden die Daten erinnerungen und die Erinnerungen aufbauen. Die Erinnerungen sind noch nicht möglich. Entstanden. Ich bin bereit. Are you ready? Oh, do we know where we are? So, my Gearscore is now higher, we have now activated a suppressor. So, we can use the suppressor. So, we can now verbessern. This is basically a Tutschild against Strahlung, what is also always. It is also our main upgrade level here. We have more Widerstand, more Liegingspunkte and so on. And we can do it right, we can do it right. BAM! It's stronger. We are now powerful. BAM! And we are stronger, if it's better. BAM! We are stronger. Can I do it already? No, I can't do it. I need some Omnium-Kristalle. That's all right. 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 I can do it right now. So, let's see. Franz bricht an. Klar. I'll first look here. Why? Guck mal. Was gibt es hier alles? Ah, guck mal. Da kann man hochgehen tun. Niemand steigt Treppen auf normalerweise. Hallo. Hey, mir. Ich hab dich vermisst. Wo bist du hingelaufen, Kleine? Du sprichst dich mal mit mir. Okay. Ich verstehe das schon. Hallo, Joachim. Kann ich die Trude klauen? Nein. Da ist der Henry. Ich gucke mir später. Was die eigentlich machen. Ah, Erosystem. Alles kaputt. Kann ich das kaputt haben? Nein. Halt. Doch, kann ich. Ja, wie immer. Ich wühle im Müll. Hallo, Golda. Meyers. Kann man hintergucken? Gibt es da Geld? Ich nehme keine Geld. Gerne. Hier haben wir eine Trainingsanlage. Die Frau hat ein schickes Kleid. Ähm. Ist da irgendein Café ausverkauft? Oh nein. Gute Frage, natürlich. Ich gucke eigentlich, weil ich vorhin nur in der Sequenz hier eine Betrug gesehen habe, die ich hier haben möchte. Ist die oben? Also ein Pappkarton. Okay, wir kommen erst mal in die Quest, ja? Hallo, Franz. Franz, bist du okay? Warum nicht? Nein. Es ist eine Begründung. Der Virus versucht, sich die Daten der Verkauf hat, die Ereichte zu verfolgen. Der Grund dafür hat sich die Zeit geschehen und verletternommen. Aber als nächstes es herausfühlen wird, er hat diese Einheit angetaucht. Wir haben keine Zeit bekommen, die ограничene seine origine. Ey, ist das wahr? Du wirklich verlierst deine Erinnerung? Wir haben eine Begründung. Da gibt es einen Begründungsz Gadgetrag. dass jemand ihre Erinnerungen verbreitet. Außer davon, wir finden keine Abnormen. Elric, könnte es das Einzige von halb einem Jahr früher sein? Was sagst du denn? Entschuldigung. Ich werde jemanden auf den Boden zu kommen, was mit dir passiert ist. Ich hoffe, dass es die Hoffnung zwischen uns nicht verbreitet wird. Ich kenne dich eigentlich gar nicht. Ich kenne dich nur noch nicht, Arkan. Es gibt noch ein anderes Grave-Matter. Ah, guck mal Gedankenbetreuung. Ich nehme an, du bist mit dem Namen Eason Hunter vertraut? Ist das nicht einer aus Resident Evil? Eason? Er ist ein Ingenieur an der Vorwärmste und hat uns seit sechs Jahren mitgebracht. Was über ihn? Er hatte vor kurzem Kontakt mit dem Erben von Aida. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er ein Spion ist. Was? Eason? Wie sicher bist du daran, Arkan? Ach, du glaubst mir nicht. Wir sollten ihn trotzdem verhören. Findest du nicht? Eason hat die Outpost-Lobby. Die Sicherheits-Rekorde zeigen uns seine letzte Route. Mal sehen, was er an war. Okay. Er kaufte Luftballons. Er hat sich... Mimesis. Reconstructing Eason's Tracks. Ja, man kann's das so machen. Er hat Zeit ziehen gemacht bestimmt. Ansichtskarten gekauft. Er schärfe die erste Bombe. Okay, das ist schon mal ein Hinweis gewesen, was er macht. Mir steht nur rum, macht nix, weißt du? Da, 1 Bombe. Pfff. Was? Vermeide die roten Kabel, nutze die Zange um das grüne Kabel durchzuschneiden, was? Okay. Ein Kranautomat. Entschärfungsspiel. Kein Problem. Entschärft. Entschärfen erfolgreich. Hier, 5000 Gacha-Sachen. EIN. Entschärfungsspiel. Entschärfungsspiel. Vor meinen Runden. Schaffungsspiel. 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 Und dann gerade Flegermäuse? Oh. Da war es aber ziemlich ruhig. Keine Angst, wir haben bereits einen Plan B. Okay, mir nach, ich bringe dich auf die Kuppel. Weil du kannst hier alleine hingehen. Aus Plottgründen. Ich wette, sie sind unten irgendwo. Oh. Oh. Das sieht nicht gesund aus. Oh nein, noch mehr Bomben. Alles mach, Kapums. I.L.P. Ja. Wo ist dein Backupplan? Hier! Huh? Was soll ich mit diesem kleinen Ding tun? Die Kronos-Richt. Wir müssen zurück, bevor die Explosion. Hör auf, hol es, bevor es zu late ist. Ja. Zeit, wo er es rückgesetzt. Ist das... real? Nein, das ist jetzt mein Real. Das ist neu. Ich weiß nicht, wie weit weg das ist. Franz, wir haben gebraucht. Ich habe die Kronos-Richt. Gebraucht? Du meinst, du... Eason plantet drei Explosive in der Lobby und auf dem Dome. Ich habe sie nicht geschafft, sie alle in Zeit zu verbrechen. Na ja, es ist nichts mehr als das. Genau? Hast du die Pläne der Explosive? Ich habe die Info auf dem Database geöffnet. Ich habe die Info auf dem Database geöffnet. Ich werde jemanden in der Lobby verbrechen. Du zwei, die auf dem Dome zu verbrechen. Er hat wohl weiter gestoriert. Doch mal das gleiche. Nur besser. Okay, jetzt haben wir hier so ein Glitzer-Dings. Sofort los. Nein, ich habe ein rotes Ding berührt. Nein, ich habe viel geschlagen. Wir werden alle sterben. Das war's. Wir sind tot. Und. So. Nein. Versagt. Wir sind alle tot. Okay. Okay, ich lasse es erst mal durch. Soll ich darauf warten, dass das zweite auch durch ist, oder was? Nein. Es hätte funktionieren können, wenn ich da nicht... Versagt. Wir sind alle tot. Nochmal. Wir sind zufällig, ne? Ich war beinahe dran. Ja. Wir sind nur ganz knapp tot. Das Ding ist aber flott. Ach, ich war einfach zu schnell. Der Neon-Mann war zu schnell. Der Neon-Mann hat den gleichen Quatsch nochmal gemacht. Warte, bis es vorbei geflogen ist. Ich weiß bereits, wie ich die Kommission verletze. Hä? Ja, okay. So, warten, bis das Ding mal wieder zurückkommt hier. Jetzt. Kann das funktionieren? Werden wir es entschärfen? Werden wir es versterben? Schafft. Alle leben. Alle leben. Der Neon-Mann hat die Welt gerettet. Als King. Hi, Franz. Richtig. Das sag ich dir auch immer. Tja, wenn du das wissen möchtest, fragst du besser Elric. Aber sonst, über manche Sachen, legt man besser den Mantel des Schweigens. Insofern, wir sollten nicht nach dem Hintergrund sprechen, wie das hier. Jetzt, dass alles geschlossen wurde, bin ich nicht mehr notwendig. Keine Angst. Ich werde die Probleme mit den Omnium-Towers zu kommen. Was ist mir? Du? Du hast dein Arbeit gemacht. Mhm. Hör, wenn ich dich wäre, ich nicht in alles, was sie sagen würden. Nur, dass du nicht zufriedenst. Du hast eine brillante Zukunft vor dir. Ich erläutere schon genug. Er hat Gift für mich. Dankeschön. Dann holen wir uns mal unser Gift ab. Wo ist es lang? Achso, ich muss mit ihm reden. Hm. Ich verstehe. Ich verstehe. Das Parlament. Böse. Noch eine coole Beleuchtung, aber wahrscheinlich böse. Verifying Identity Access Level. Elric, Access Level 5. Clemmer, Access Level 4. Access Level verified. You are allowed to proceed to Hykros, Parliament. Na geht. Na geht doch. Weggeschwubst. Schau mal, Mia. Entschuldigung, Mia war nicht able, zu erhalten, keine W-I-I-information. Hast du noch andere Beispiele? Nur ein paar Schleifte. Die Heer von Ida sind, die sich in den Schäden beobachten. Was Zeke's choice wirklich wert ist? Zeke ist die victim hier. Wir müssen die Heer von Ida's konspiration. Ja, ich versuchte Hykros, dass ich sie helfen würde, um diese Krise zu lösen. Oh, und Franz sagt, er hat mir ein Gift gegeben. Ein kleines Bärchen wahrscheinlich, Stoffbärchen. Ohne das Geschenk des Franzes. Machen wir doch vorher gucken wir in diesen Müll einfach hinein. Oh, keine Pfanddosen. Okay, ist da oben irgendwo, das heißt für mich, Huibu. Okay, war nicht funktioniert, dann huibuhen wir mal da weiter. Siehst du doch immer noch ihr Instant-Kaffee? Ist es das da? Oh! Franz? Wie kannst du dich sein? Franz hat mich gefragt, um etwas von dir zu holen zu holen. Franz? Ja, ich erinnere mich jetzt. Hier ist der Falcon von Banjus Tech. Es ist dein jetzt. Falcon? Das ist für mich? Das ist das beste, das die Fahrzeuge der Forschung hat. Ich glaube. In der Handlung, es läuft auf pure Omnium. Es hat Kärben-Alloi-Body und Magnetik-Bräks. 280hp mit 300mAh. Speed up to 230mAh. Oh, nur 230mAh? Wir können die Fahrzeugehörigkeit über 20% erhöhen, wenn wir die Transmission ein bisschen. Oder, eh, egal. Doch, tun das mal ein bisschen. Es ist kein einfaches Fahrzeug, um zu fahren zu fahren. Keine Ahnung, bevor du mit ihren Möglichkeiten kennengelernt bist. Ich werde vorsichtig sein. Danke. Und bis zum Glück. Wir haben jetzt ein Motorrad. Fahrzeug entsperrt. Ganz genau. Fahrzeuge hier. Freischalten. Freigeschaltet. Ein Omnium-Motorrad, das von Hyros massenweise produziert wurde, stößt kaum Abgase aus, fährt leise und ist extrem kosteneffizient. Die perfekte Wahl für Wanderer beim Fahrrad ist trotzdem Vorsicht geboten. Okay. Aktiviert. Zurück. Ja, okay. Ich möchte Dinge selber machen, bitte. Yeah. Fährt sich. Wie fährt sich? Bleibt viel auf. Hey. Es fährt sich gut. Schon es fährt. Mal gucken. Lalalalalala. Lalalalalala. Ich habe ein Motorrad und Fahrrad durch die Gegend. Yeah. Yeah. Was gibt es denn da alles? Oh Gott. Gebt wohl. Kommt man da wieder hoch? Okay. Ja, Scheibe kommt man auch wieder hoch, weil hier ist ja was zu finden. Ähm. Nachdem ich hier hochgefunden habe. Ja, tatsächlich. Denn wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt. Hier kommt man doch wieder hoch. Bis dann. Ja, es hilft, es heilt. Oh Gott.